Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. Wir werden unsere Städte von den Eindringlingen befreien. Und den Feind vernichten, schlagen. Auf den Mann. Es ist doch sowieso bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können Sie es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten. Jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunder, und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du ihm ja bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrauf unser Steck. Vertrauf Deutschland. Vertrauf uns. Und? Kerz, los geht's. Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Was passiert mit denen? Die kriegen das, was sie verdienen. Scheiß Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker. Vergessen Sie das nicht. Anton Heinz, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton Heinz, drücken Sie umgehen zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton Heinz, der Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton Heinz geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geschützt bereit. Das sind unsere Leute da drüben. Wir müssen ihnen helfen. Wir müssen uns helfen. Wir müssen uns helfen. Amerikanische Infanterie voraus. Brüder, hat das IP-Feuer. Getroffen. Durch die Barrieren, hier. Station voraus. Mit einer der Mannen bereit halten. Anton Heinz, der Oberkommando, schienen sind frei von Teilen. Gute Arbeit, Anton Heinz. Wir wussten, gegen einen Tiger haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Auf zur Hauptstraße, Katz. Juhl. Schörnitz, Sie rücken vor. Wir sind nicht durch die Fallschauung gekommen. Der macht keinen Wunsch mehr. Wir haben keine Chance gegen uns. Holen wir uns die Stadt zurück. Wir müssen die trochenden Amerikaner ausreiten. Wie stark sind Ihre Verbände? Das Ziel ist erledigt. Der Eilung, Katz. Komm schon, Stefan. Reiß dich zusammen. Sie fliegt. Sie haben wohl schon einen Tiger gesehen, hä? Befehl bestätigt. Rücken jetzt zum Ziel vor. Artillerie anvisieren. Artilleriestellung zerstört. Jetzt die andere. Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Gnade, Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Das müsste die letzte Artilleriestellung gewesen sein. Sie sind erledigt. Sie sind erledigt. Das ist aber stetig. Ziel zerstört. Anton Heidens, eigentliche Panzerdivision versucht den Platz zu umstellen. Sofort angreifen und ableeren. Mein Gott, das ist eine Falle. Mein Gott, Schnauze, Hartmann. Wir können sie nicht abhängen. Kertz, sehen Sie zu, dass wir etwas zuerstleckungen haben. Schröder und Hartmann, sie feuern nur, wenn sie ein Ziel haben. Das wird erledigt. Was in aller Welt ist das? Keine Ahnung, irgendein Raketenpanzer? Ziel aufgeschaltet. Sprengen Sie sich gefälligst an. Ich arbeite dran. Sprengen Sie sich in der Schreffer. Sprengen Sie sich in der Schreffer. Das war der Letzte. Sie haben es geschafft! Mein Gott, ich kann nichts. Das war verdammt knapp. An alle Panzereinheiten. Krücken Sie zum Sammelpunkt vor. Attackieren Sie alle feindlichen Einheiten und jagen Sie die Angreifer aus der Schreffer. Kertz. Ja, Kommandant. Komm mal mit der Ruhe. Was soll das werden, Kerzen? Nur die Ruhe. Wir schaffen das schon. Weint neutralisiert. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Feuer! Feuer! Diese Bastarde sind verrückt. Sie haben keine Chance gegen Tiger. Wir sind gleich an der Brücke. Machen wir einfach unsere Arbeit. Schuss! Das war's! Zweitruhe, genau vorhin! Verfahrt ab! Wie kommen Sie voran, Katz? Ich hab's gleich! Der macht kein Lust mehr! Noch mehr feindliche Panzer! Wie viele Panzer haben Sie wohl? Ganz ruhig! Wie ist das? Sollen Sie nur kommen! Hier bewegt sich noch! Wurz, Katz! Legen Sie los! Komm schon! Komm schon! Schammpatzer! Ich glaube nicht, dass jetzt noch was kommt. Fahren Sie weiter, Herr Kertz. Kertz, aufpassen! Tut mir leid, ziemlich hungrig hier. Schau mal das! Roter Bauch! Auf Schäden überprüfen! Jawohl! Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann! Von zur Hölle, reden Sie da! Der Mann ist nicht in der Verfassung! Vertrauen Sie auf unsere Stärke! Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten! Ach Gott, nochmal! Sie sind zu wichtig! Das können wir nicht riskieren! Und ich, ich bediene das Geschütz! Dann mach ich das eben! Nein! Sie müssen fahren! Aber Hartmann! Der ist doch eh eingeschlagen! Austauschbar! Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer! Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie! Ach Gott, nochmal Müller! Nein! Der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter! Ich kann wirklich... Haus aus dem Panzer, Hartmann! Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun! Das gilt für jeden hier! Und das gilt für jeden hier! Du hast es nicht in der Verfassung! Ich bin in der Verfassung! Ich bin in der Verfassung. Und das ist nicht in der Verfassung! Ich bin in der Verfassung! Wo ist Hauptmann? Muss der hin? Der desertiert? Das wissen Sie doch gar nicht! Ruhe! Hören Sie das! Bewegung auf 9 Uhr und auf 12 Uhr. Katz! Bringen Sie uns raus hier! Können doch Hartmann nicht hier lassen! Raus! Los!